Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus Es war einige Tage vor dem Osterfest. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da, dann antwortet, der Herr braucht ihn. Er lässt ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür, an der Straße einen jungen Esel angebunden, und sie banden ihn los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte. Und man ließ sie gewähren. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. 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 Vielen Dank.